Wir haben es geschafft, wir fahren jetzt einen Bogen nach links. Ich biete euch dann an, heute nach dem Abendessen oder nach dem Treffen vielmehr, halb sieben, dass wir da uns schon fertig gemacht haben und dann trinken wir einen Schluck Sekt mit der Crew von Bord. Und danach gehen wir über das Schiff bis, na gut, wir haben Hunger, das passt wieder nicht, bis zum Essen. Wir werden dann sehen, aber erst essen und dann...